Und nimm mir mal das mit. Schneller graben tut mir nie weh. Okay, es ist so viel größer als ich gehofft habe. Aber so ist es. Das ist ne große Mine. Okay, ich geh erstmal weiter. Ich mach nur ein bisschen einfertiger bis die nächste Welle kommt. Aber ich muss definitiv weiter gehen. Das ist ne große Mine. Ne große Mine als allererste Mine. Das ist furchtbar. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Ah ja, jetzt wackelt alles. Ich geh jetzt ne schneller. Ja, ist groß. Ich will nur schnell gucken, ob das da unten grün ist. Es ist grün, ich glaub's ja nicht Okay, ich nehm alles blaue mit Fünfundzwanzig Zehn Stück fehlen Das ist aber auch keine Größe, das ist nur ne kleine Das heißt, die hauen wir fertig Machen nämlich Verbesserungen Und dann kann ich nach oben gehen Das war jetzt Glück Okay, Upgrade Wollah Okay, hier sollte ich Alle jetzt mit One-Shot killen können Okay, es reicht nicht für ein Upgrade Dann nehme ich halt nicht den Schaden Das war's wert Okay, und der großen Mine sollte ich jetzt alle One-Shotten Okay Ey, ist wirklich groß Die hat was Okay, zack Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Okay, ich hab's Okay, ich hab's Okay Okay, hab ich Hab ich Hab ich Das war's Okay Das war's Das war's Das war's Ich hab's Bin bei Ein paar Upgrades Schaden hier nicht Okay Okay Noch ein großes Ich glaub's ja nicht Nur nixens eine Anonym Das ist wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich nicht so cool sein Nein, das ist nur Aufweis aber Jetzt würden wir die Blauposen am meisten halten Jetzt vom Fortschritt her Der Rest okay Welle verzögern und so Ist alles schön und gut Aber wirklich, hier wird tief jetzt noch nichts Das ist wirklich die große Mine jetzt Halleluja Die ist groß, die ist wirklich groß Und hier sieht dann noch aus, als ob es das Ende ist Dann nehmen wir das mal Wieso jetzt? Ah, ich hab eh schon wieder so wenig Leben Ich muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen Ich muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen Okay, mehr Schaden Okay, mehr Schaden Bisschen größeren Radius hab, ja Und Okay, da oben ist sogar noch ne Mühle Okay, da oben ist sogar noch ne Mühle Nee, das kann ich ja alles später mitnehmen Es ist ja schon da Ich muss mir keine Gedanken machen, dass das da kommt okay hier sollte nichts mehr sein nein da hatten wir alles mit rüber genommen ok nehmen wir das mal mit das sind viele ressourcen hier und schon die drohne geschützt hat die 100 werden voll oder ja ok jetzt sind wir schneller unterwegs ok geschützturm geschützte maschinenpistole ist schneller ok das reicht hier ist da oben noch was nein ok ist also die letzte oh ist nur ein kleines ok sehr gut komm schon der letzte ok effizienz komm schon effizienz effizienz und bewegungsgeschwindigkeit ja beides mega ist mir sogar lieber als nur effizienz beides wäre natürlich normal top ultra aber passt alles ich meine wir sind auch so schnell von einer Wolke zu anderen bevor die nächste Welle kommt und weil klein und eine an mir super ok was ist es boah ich will 30 oha ich habe am Anfang gleich das was ich will ich habe die besten sachen bekommen die ich hätte bekommen können am Anfang wenn ich jetzt noch meine Waffe gleich bekomme dann kann ich dazu nichts mehr sagen ich hoffe es wenn ich jetzt gleich mein Bombenwerfer bekomme ultra cool ok zack klein und eine an mir wird schwer ok wird schwer ok aber hat doch noch einer da und jetzt ganz nebenbei ich brauche nur noch eins von dem anderen Erz ich mach das gleich denn hier zack zack jetzt ich guck mal wie schnell es geht ok komm schon ich bin mir jetzt nicht sicher das war die Schrotflinte oder nein Bombenwerfer super ich hab die Waffe ich hab die Waffe ich hab's ok ok jetzt schaff ich's easy definitiv schaff ich's jetzt den zweiten Wurst zu kriegen 100% aber sowas von 100% 100% das stellt sich nicht mal die Frage also 100% 100% locker und mittel und eine Anomalie bevor ich da jetzt weitermache Bombe Bombe Zack. 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 Zerstören, zerstören, zerstören. Die Mittel und eine Anruhe. Warum in dem Bereich schaffen wir das so schnell? Hätte auch einen großen Bereich sein können. Ich brauch die Materialien. Wie gesagt, ich hab jetzt schon alles, was ich wollte. Heute ein größeres grünes Bereich, einfach um die Ressourcen abzubekommen, die ich habe. Und sobald ich das habe, ist es vorbei. Dann haben wir es geschafft. Stimmt, ich brauch noch meine Drohne. Ja, okay, die Drohne wäre noch cool jetzt. Eine Bombe, naja. Schade. Oh, ein Boss kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich nur auf den Timer unten geguckt. Nein, komm, egal. Okay, definitiv upgraden. Sprengschaden. Zicken mit so'n Sprengschaden. Hier. Okay. Oh, das hätte irgendwie wieder ausgekommen. Ich bin fast tot, ich glaube. Ah, eier, eier, eier. Ah, eier, eier. Okay. Okay, das waren alle. Ich kann nur hoffen, dass da jetzt echt ein Grünes kommt. Wenn jetzt kein Grünes kommt, bin ich echt fertig. Dankeschön. Das hat mir behauptet, das Grünes. Das hat mir behauptet, das Grünes. Dann scheint es sogar ein mittleres Grünes. Das heißt, ich kann mich genug heilen. Gehen wir zurück. Wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, kommt jetzt auch noch die Drohne. Ressourcen-Erntemaschine. Okay, die nehme ich auch. Die nehme ich definitiv auch. Okay. Die nehme ich definitiv auch. Okay. Okay, reparieren, 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 reparieren. Dann habe ich nichts Grünes mehr. Okay, einmal die Rakete. Okay. Okay. Oh, da kann ich mich nicht mehr huschen. Okay. Nächste Ebene. Ich hatte aber recht, dass es ein mittleres Gebiet ist. Es hilft uns aber auf jeden Fall, um den restlichen Punkte zu bekommen. Weil eine bessere Effizienz als jetzt mit den Bohren können wir gar nicht kriegen. Wir haben beide Upgrades für den Typen. Das ist halt für uns ein Anzug. Okay. So, dass jetzt das alles noch fertig machen kann und das mitnehmen kann, damit ich gleich ins nächste Gebiet gehen kann. Okay. So. 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 So.